Es ist ein Wunder, dass Flamenco die ganze Welt bezaubert. Wir haben hier eine Schule und es gibt ganz wenig Leute, die das wollen. Aber man muss Kontinuität wahren lassen und weitermachen. Weil Flamenco ist nicht nur Tanz, es ist Gefühl, es ist Seele, also Alma. Und es ist etwas, was in einem drinsteht. Und dann kommt euch mal Lachana an, die ist 84 Jahre alt, die tanzt nur noch im Sessel. Und wenn ihr tanzt, sind alle ruhig und sind begeistert von ihrer Tanzchoreografie. Flamenco ist ein Weltkulturerbe und eigentlich nur im Süden von Andalusien über die Zigeuner reingekommen. Und es ist ein Tanz, unheimlich. Ihr habt das gesehen. Einen ganz besonderen... Mira, Maria, regarde uns da. Por favor, presentate. Presentate otra vez. Desde sus cinco años está bailando. Desde sus cinco años está bailando. Es ist natürlich klar. Es ist eine Provision, die unheimlich ist. Aber wenn jemand die Passion spürt, verführt er sie sein ganzes Leben. Es ist eine Provision, eine Provision, die sie dort anticipiert sind. Und danke, das ist eineшие Worte. Wir wissen. Wir sind Sie, es sind Menos mal. La Gummela, un enriquecimiento. Danke. Ich gebe euch, zu den Musikern, die heute sind. Es ist eine wunderbare, die Gummela manzelt mit der Musik in ganzen Fliege. Und am Abend, die Gummels Zirpiosis an den Fliege. Auf Wiedersehen mit Nico. Ein Applaus für unser Techniker, ein Applaus für unsere Team. Vielen Dank. Nico! Untertitelung des ZDF, 2020